Servus zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Star Wars Galaxy Furious Video, heute mit einer neuen galaktischen Herausforderung auf Lothal gegen die Rebellen mit unserer Inquisition. Kam gestern schon raus, ich hab's jetzt heute Vormittag gespielt, zeig gleich die Aufnahme und wir können Stufe 10 durchsprechen. Ihr braucht nur ein Team für Stufe 10 für alle Erfolge. Ihr braucht einen Charakter, am besten die neunte Schwester auf Relikt. Wenn die neunte Schwester nicht Relikt ist, vielleicht nur G12, aber zumindest sieben Stern können sie auf Stufe 10 dennoch klappen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das auch klappen würde mit einer G11-6-Stern-neuten-Schwester, weil die natürlich relativ häufig tauntet. Immer dann, wenn ein Imperiumsverbündeter angegriffen wird und wenn die Rebellen aufgrund ihres Modifikates natürlich gritten und dann mehrfach gritten und dann mehrfach angreifen, dann kann es passieren, dass eure neunte Schwester relativ schnell aus dem Spiel fliegt und dann habt ihr niemanden mehr, der den Schaden so ein bisschen absorbieren kann. Wir haben allerdings heute als Gegner die Phönix-Leute, also nicht irgendwie CLS und Co. Obwohl die Phönix-Leute, ich bin mir gar nicht so richtig im Klaren, ob die auch einen eigenen Modifikator haben. Die haben auf jeden Fall hier die Chancen, der Modifikator der Rebellen und wie gerade schon gesagt, wenn sie eben gritten, dann haben sie eine 100% Chance auf einen weiteren Angriff. Und diese Chance auf einen weiteren Angriff sinkt natürlich jedes Mal 25%, sonst wären die ja dem Dauerloop. Und das passiert natürlich nicht, also irgendwann hören sie dann schon auf. Nichtsdestotrotz haben die einen hohen Gesundheitsentzug. Das heißt, wenn wir die also in den roten Bereich bringen und die kommen dran und die haben nicht viel Immunität, dann retten die sich eigentlich relativ sicher wieder hoch in den grünen Bereich, im Gesundheitsbereich. Lung der Verfolgung der Modifikator der Inquisition will ich heute ein wenig gezielter einsetzen. Und zwar deshalb, wenn die Säuberung auf den Gegnern ausläuft, dann bekommen die ein Stapel Ermüdung. Das macht die zwar immer langsamer, relativ nett für uns, aber wenn die 20 erreicht sind, irgendwo auf den Gegnern 20 Stück drauf sind, dann bekommen wir die Fähigkeit des Gnadenstoßes. Und damit können wir mit dem nächsten Spezialangriff echten Schaden in Höhe von 100% der Maximalgesundheit des Ziels verursachen. Und das will ich bei den relativ starken Phönix-Leuten gezielter einsetzen. Das heißt, wir setzen viel Säuberung. Wir haben heute keine Aufgabe, die heißt, wir müssen 60 Mal Säuberung setzen. Das heißt, wir dürfen so viele Säuberungs-Debuffs wie möglich verteilen, dürfen die gern umwandeln. Die Phönix-Leute dürfen auch gerne selbst diese Säuberungs-Debuffs entfernen. Wenn dem so sein sollte, dann erwarten wir einfach drauf, bis Ermüdung auf 20 gestackt ist, bis dieser Gnadenstoßeffekt auf uns verfügbar ist und dann setzen wir den ein Stück weit gezielter eins. Ich glaube, ich habe ihn zwei-, dreimal eingesetzt. Bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber das ist schon ein recht netter Effekt, den wir heute für uns nutzen möchten. Rebellish, der globale Modifikator für beide Seiten, greift den Charakter außerhalb seiner Runde und erhält einen Stapel Rebellish. Und das macht die Siebte bei uns die ganze Zeit. Das ist relativ cool. Das heißt, die hat relativ sicher und schnell 20 Stapel Rebellish. Macht dadurch automatisch mehr als ihr normaler Angriffswert. Kriegt nochmal 30% on top und das brauchen wir heute auch. Denn meine Siebte ist nicht so wirklich stark. Gut, sie ist keine Angreiferin in dem Sinne. Sie ist eine Heilerin. Trotzdem brauchen wir diesen Bonus-Angriff. Okay, und Rebellish bringt grundsätzlich nochmal 2% Kritschäuser und Kritschaden. Auch das brauchen wir heute. Und die Gegner werden eh mit Days belegt durch unsere neunte. Deshalb wird diese außerhalb der Runde angreifen für die nicht möglich sein. Die sind ein bisschen schneller als wir. Das heißt, auch ich musste hier und da ein bisschen neu starten. Einfach bis es so geklappt hat, dass alle noch standen einigermaßen. Am besten ist es natürlich, wenn sie auf die neunte Schwester gleich angreifen. Und nicht unbedingt auf meinen fünften Bruder, weil der hält natürlich viel, viel weniger aus als meine neunte Schwester. Kurz zu den Erfolgen. Wie gesagt, wir müssen heute nicht 60 Mal Säuberung setzen oder sowas. Das ist ja immer eine recht blöde Aufgabe. Wir müssen nur den Kampf generell abschließen. Wir müssen den Kampf abschließen mit einem vollen Team aus Inquisitionseinheiten. Wir müssen 10 Mal Tarnung absolvieren. Das macht der achte Bruder von selber. Da müsst ihr nicht drauf achten. Das erledigt er. Ihr müsst nur durchkommen. Er muss überleben. Darf natürlich am Anfang nicht draufgehen. Denn hier unten auch vierter Erfolg. Wir müssen den Kampf abschließen, ohne eine Einheit zu verlieren. Und wenn wir das auf jeden Fall sicherstellen, dann lebt er der achte Bruder auf jeden Fall. Und das 10 Mal Tarnung macht der Junge von ganz alleine. Okay, dann zeige ich mal ganz kurz meine Inquisitoren, damit ihr ungefähr mal wisst, mit was ich gekämpft habe und mit was ich denn auch diese Stufe 10 auch letztendlich dann geschafft habe. Ich habe logischerweise mit dem fünften Bruder gespielt. Ihr müsst nicht unbedingt mit dem fünften Bruder spielen. Die meisten benutzen den fünften Bruder, weil er einfach das stärkste Lead hat. Die meisten Bonis hat für alle. Und deswegen ist er auch mit nur 6 Stern und G9 dennoch ein hervorragender Leader. Dann ganz klar habe ich noch einen achten Bruder. G9 5 Stern und eine siebte G10 mittlerweile 6 Stern. Aber auch sie ist relativ schwach. Das heißt, wenn die Rebellen auf der anderen Seite, die Phönix-Leute, sie anvisieren von Anfang an, gerade ein Sepp oder eine Hera, dann fliegt meine siebte Schwester relativ sicher raus und dann muss ich neu starten. Das musste ich ja auch drei, viermal machen. Das war eben so heute. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass es trotzdem geklappt hat. Okay, G12, zweite Schwester und G13, neunte Schwester, Relikt 5. Wir gucken sie uns mal ganz kurz im Detail an, damit ihr auch sehen könnt, mit was für Mods ich denn momentan spiele. Neunte Schwester setze ich sehr, sehr gerne unter Lord Vader an. Deswegen hat sie auch das Zeta, ich glaube, auf Bodenhammer. Das heißt, die Jedis können dem Benommen nicht widerstehen. Also auch wenn die irgendwie Tenesse die abhaben, dem können die nicht widerstehen. Und das Zeta auf der Anführerfähigkeit habe ich nicht drauf, ansonsten alle Omegas und so weiter. Mod-technisch habe ich sie ein wenig mehr auf Zähigkeit gemoddet, Schutz, relativ viel Tempo. Die müsste eigentlich ein bisschen schneller sein. Viel Effektivität, viel Zähigkeit. Das liegt einfach daran, dass ich hier auf dem Pfeil zum Beispiel auch Schutz drauf habe. Okay, dann gehen wir eins zurück auf meine zweite Schwester, Piloten. Noch kein Zeta bei ihr vergeben und sie sieht momentan 2482, noch die zweitstärkste im Verbund. Könnte auch den Anfangsangriff überleben. Weiter zur siebten Schwester. Bei ihr habe ich auch noch kein Zeta vergeben. Ich werde es wahrscheinlich noch machen nach ihrer Spezialfähigkeit, weil ich sie auch irgendwann später mit Lord Vader ein bisschen gezielter einsetzen will und sie auf jeden Fall auch weitergieren werde als nächste Inquisitorin neben der zweiten Schwester. Das heißt, der achte Bruder und der fünfte Bruder werden bei mir noch ein Stück weit hinten angestellt. Siebte, neunte und zweite werden vorrangig behandelt. Jetzt sind wir bei 1833, 254. Die könnte viel schneller sein, logischerweise, aber die hält halt nichts aus. Also, wie gesagt, wenn die angegriffen wird am Anfang, dann war es das. Dann zurück zum achten. Auch kein Zetas. Sieht bei mir katastrophal aus, aber der ist am Anfang glücklicherweise getarnt und bei den Fenix-Leuten gibt es keine Sabine, die ein AOE macht. Deshalb überleben wir das eigentlich relativ sicher. Hier dann der fünfte Bruder. Wie gesagt, seine Liederfähigkeit relativ stark. Und er sieht 21, 25, halbwegs gut aus. Okay, kurz ein paar Tipps, wie ich denn hier vorgegangen bin. Also, ganz klar, fünfte Bruder im Lead würde ich empfehlen. Warten, bis die Fenix-Leute am Anfang die neunte Schwester attackieren oder aber sie attackieren irgendjemanden willkürlich. Gritten, nicht gleich zwei, drei Mal hintereinander und alle stehen. Auch das ist auf jeden Fall mal wichtig. Dann ist auch wichtig von der Fähigkeit her, dass die siebte Schwester alle erstmal angreift. Und zwar deshalb, weil die auf dem Basic Offense Down verteilt. Und das ist halt schon relativ cool, wenn auf einem Sepp, der übrigens Elite ist, zusammen mit Kanan den meisten Schaden macht, da auf jeden Fall Offense Down setzen. Auch auf Hera oder auf Shopper oder auf den anderen beiden Jedis immer Offense Down setzen. Das heißt, wenn ihr irgendwie drankommen solltet, versucht, die siebte Schwester zum Supporten zu bringen. Dann greift ihr jedes Mal einen von denen an. Offense Down auf allen hervorragend. Dann ist natürlich klar, ihr wollt zwei Fähigkeiten bei den Equizitoren eigentlich relativ sicher auf den beiden Tornton verteilen. Und das ist auf jeden Fall die Fähigkeitsblockade. Der achte Bruder kann Hallungsresistenz setzen. Das müssen wir auch hier und da gezielt einsetzen. Wir sprechen gleich kurz so wie Phönix-Leute. Denn der Kanan hat natürlich die Möglichkeit der Regeneration. Und die verteilt er durch den Hera-Lied, verteilt er die auf alle. Das heißt, wir müssen versuchen, mit der Heilungsresistenz uns durchzuarbeiten. Und der achte Bruder hilft uns dann natürlich entsprechend seiner Fähigkeiten. Je mehr Stapel auf den Gegnern ist, desto mehr Fähigkeiten können wir hier setzen. Bei drei Stapel Fähigkeitsblockade. Das heißt, wir wollen eigentlich Phönix-Leute angreifen und mit relativ vielen Stapeln von Säuberung belegen. Wo wir einfach auch sicher die entsprechende Heilungsresistenz setzen. Das heißt ganz wichtig, achter Bruder kann Heilungsresistenz setzen und Fähigkeitsblockade müssen wir wissen. Fünfter Bruder kann debuffen und mit seiner zweiten Spezialfähigkeit kann er verwundbar setzen. Und dieses verwundbar wollen wir auch für uns nutzen. Das heißt, Heilungsresistenz auf einem starken Phönix wie zum Beispiel Kanan als auch verwundbar hilft uns auf jeden Fall, diesen Kanan irgendwann auch relativ sicher rauszubekommen. Ich von meiner Seite aus finde nur zwei Phönix-Leute relativ schwierig rauszubekommen. Das ist einmal der Zep-Elite und Kanan-Elite. Hera als Leader willst du immer raushaben. Fünfter Bruder debuffen plus verwundbar setzen. Achter Bruder Heilungsresistenz plus eventuell Rüstungsschredder, wenn ihr das Zeta drauf habt. Ansonsten Fähigkeitsblockade, siebte Schwester Offense Down durch Basic, lasst sie auf jeden supporten. Und noch ganz wichtig, natürlich, sie kann auch Fähigkeitsblockade setzen. Ich glaube sogar mit dem Schock. Ja, also wir haben zweimal die Möglichkeit Fähigkeitsblockade zu setzen, nutzen wir auch. Ich habe sie am Anfang auf die beiden Taunter verwendet, Chopper und Kanan. Übrigens, Killorder würde ich entweder Kanan direkt anvisieren, ihn versuchen rauszunehmen über die entsprechenden Fähigkeiten. Heilungsresistenz, dann regeneriert er nicht plus Fähigkeitsblockade, dann tauntet er nicht. Fähigkeitsblockade am besten auch auf Chopper, dann kommt er nicht irgendwie in die Quere, während wir den Kanan bearbeiten. Und Sepp und den Rest natürlich durch die neunte Schwester mit Dace belegt, dann können die nicht supporten. Und die neunte kann zum Beispiel auf allen Jedis relativ sicher Debuffs entfernen. Das heißt, auf Chopper wird das Debuffen wahrscheinlich nicht funktionieren, nur bei Kanan. Das ist an dieser Stelle auch kurz erwähnt. War das, glaube ich, hier bei meiner Zeit. Ist das Ziel an Jedi, werden sämtliche Buffs entfernt. Das heißt, nur bei Kanan können wir diesen Debuff entfernen. Bei Chopper wird das nicht funktionieren. Dennoch brauchen wir sie, ganz klar, sie tauntet. Und natürlich brauchen wir sie für Dace, gar keine Frage. Okay, die zweite Schwester brauche ich im Grunde genommen nur für eine Fähigkeit. Und zwar will ich ab und an mal jemanden betäuben. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Sie macht ein bisschen mehr Schaden, aber davon merke ich nicht so wirklich etwas. Nichtsdestotrotz, das Betäuben ist einfach brutal nützlich. Und zwar hier, genau, wurden fünf Stapel Säuberung verbraucht, wird der anvisierte Gegner eine Runde lang betäubt. Ist die Effektivität bei ihr, naja, Mio Mio, mit 58 jetzt nicht so safe, dass die Betäubung immer klappen sollte. Okay, also die zweite Schwester finde ich nur als Pilot hier richtig stark. Ihre Betäubung ist nicht mal sicher. Sie braucht relativ viel Effektivität. Und ansonsten finde ich vom Schaden her, glaube ich, sie jetzt zumindest hier mit G12 noch nicht so den Killer. Muss ich doch ehrlich sagen. Trotzdem, es reicht. Wir kommen bei Stufe 10 durch. Nicht unter anderem deswegen, dass wir verwundbar setzen durch den Fünfter und Haltungsresistenz durch den achten Bruder. Da würde ich vorschlagen, gehen wir rein. Wir müssen relativ lang kämpfen, deshalb können wir auch gleich mal hier drüber sprechen, wie wir denn vorgehen. So, ich habe jetzt mal ganz klar gewartet, bis alle fünf stehen. Logischerweise haben sie meine siebte als erstes angegriffen. Sie hat sogar belebt, hat mich sehr gewundert. Danach hat natürlich die neunte Schwester getauntet, hat mich da ein bisschen supportet. Und entsprechend habe ich natürlich erstmal die Elite-Anheiten unter Kontrolle halten wollen. Das heißt, Sepp und Kanan wollte ich ein Stück weit mit entsprechenden Debuffs belegen. Unter anderem Defense Down, unter anderem Offense Down und natürlich Days durch die neunte. Ist gar keine Frage. Fähigkeitsblockale, wie gesagt, habe ich erstmal versucht, auf den beiden Porntern anzuwenden. Und mein oberstes Ziel war natürlich, Kanan irgendwann rauszubekommen. Denn wenn das Regenerieren durch Debuffs bei den Phönix-Leuten weg ist, dann kriegt man die relativ schnell klein. Kanan ist so das größte Problem bei den Phönix-Leuten. Wenn der mal weg ist, dann kriegt man Phönix-Leute wirklich gut raus. Also, Sepp macht relativ viel Schaden. Viel, viel mehr als die beiden Jedis. Und Hera ist eben die Anführerin, die stört ein bisschen. Bei Hera ist es eigentlich nur das eine Problem. Sie rettet, die hat ja eine Funktion, wo sie einen Phönix-Verbündeten retten kann. Und das macht sie auch relativ zuverlässig. Immer dann, wenn einer der Phönix-Leute in den gelben Bereich kommt. Dann rettet sie ihn mit diesem entsprechenden Debuff. Sehen wir nachher übrigens auch einmal. Ich hatte Sepp, glaube ich, mal komplett unten. Und der wurde dann einmal gerettet durch Sabine mit diesem speziellen Debuff. Ich kenne den Namen von dem Debuff gerade nicht so richtig. Okay, dann keine Frage. Ihr seht hier acht Stapel von der siebten schon bezüglich des globalen Modifikators. Jetzt schon neun Stapel drauf. Sie macht dadurch immer mehr und mehr Schaden. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Denn irgendwie müssen wir ja durch Kanan durchkommen. Ist ja keine Frage. Und sie ist eine Heilerin. Sie rettet meine neunte auch recht zuverlässig. Jetzt können wir Debuffen oder Verwundbar setzen. Je nachdem könnt ihr bitte Pfiffenbruder entsprechend auswählen. Ich habe jetzt erstmal Verwundbar gesetzt, weil ich mich natürlich irgendwann dazu entschieden habe, mich durch Kanan durchzuarbeiten. Keine Frage. Wenn Hera genau im richtigen Moment drankommt und diesen Rettungs-Buff auf Kanan setzt, kurz bevor wir ihn raushauen, dann müssen wir da von vorne anfangen. Das ist natürlich blöd. Deswegen da muss man ein bisschen drauf achten. Ihr könnt natürlich die Fähigkeitsblockade von der siebten und vom achten Bruder auch irgendwann natürlich auf Hera anwenden. Hier nochmal kurz geprüft. Rebellisch 19 Stapel auf der siebten mit G11, G12, G9 sogar. Macht jetzt nicht höllisch viel Schaden. Also es dauert einfach eine Weile. Wir haben auch relativ viel Zeit noch vor uns. Ich musste wirklich teilweise, ich glaube neun Minuten musste ich an den Phönix-Leuten rumdoktern, bis ich die irgendwann mal rausbekommen habe. Aber durch die Heilungsresistenz war es relativ sicher, als auch durch Verwundbar durch den fünften Bruder, dass ich Kanan irgendwann klein kriege. Das ist relativ safe. Natürlich ist es ein bisschen blöd, dass Shopper so ein bisschen dazwischen tauntet, aber wir haben ja zwei Debuffer. Also das sollte nicht das Thema sein. Natürlich Shopper ist kein Jedi, das heißt neun Minuten funktioniert bei Indic. Wir haben Kanan jetzt erledigt. Jetzt ist die Regeneration der Phönix-Leute weg. Das heißt, das Debuffen durch den fünften müsst ihr euch für Shopper aufheben. Auch so ein kleiner Tipp. Dann, Sepp macht viel, viel mehr Schaden als der Jedi hinten. Das heißt, wenn ihr schon irgendeinen Damage-Tealer auf der anderen Seite ein wenig bearbeiten wollt, rausnehmen wollt, Offense-Down ist sicher setzen wollt, habe ich ja am Anfang gesagt, als kleinen Tipp, verbraucht erstmal überall Offense-Down durch die Siebter. Gnadenschloss ist aktiviert, Setter auf den Inquisitoren. Das heißt, hier können wir entsprechend echten Schaden verursachen. Ich habe es jetzt gerne auf Shopper anwenden wollen. Hat nicht so wirklich sicher funktioniert. Fand ich sehr schade. Dann habe ich natürlich diese Betäubungsfunktion der zweiten Schwester auf Sepp benutzt, weil er einfach der Damage-Dealer ist. Und wenn der jetzt mal so ein bisschen außen vor ist, kann ich mich zum Beispiel um Hera kümmern. Shopper als auch Ezra sind die beiden Schwächeren. Das heißt, die könnt ihr so ein Stück weit links liegen lassen. Kana, Set bei der Elita, Hera ist eh anführerin logisch. Das heißt, die drei müsst ihr ins Visier nehmen. Den Rest könnt ihr so ein bisschen außen vor lassen. Also von dem her, die verteilen ja relativ viel Debuffs. Und ich finde immer, alle Debuffs muss ich jetzt mir gar nicht unbedingt merken. Übrigens habe ich auch nicht wirklich die Ermüdungsstapel gezählt. Ich habe einfach mein Ding durchgezogen, habe auf allen Säuberungen verteilt und habe einfach geguckt, dass ich entsprechend die Leute unter Kontrolle halte. Wann jetzt die Ermüdung eintritt, also wann die bei 20 Stapeln angelangt sind und ich wieder Gnadenstoß bekomme, habe ich nicht gezielt genutzt. Ich habe es aber im Hinterkopf behalten und wusste, okay, wenn Gnadenstoß auftaucht, will ich es auf jeden Fall auf Sepp oder Hera anwenden, damit die beiden einfach rausfliegen. Ich habe es vorhin ganz kurz auf Shopper versucht, weil ich dachte, wenn der Pornter weg ist, dann ist er einfach so der nervige Provozierer irgendwie raus aus dem Spiel. Hat nicht ganz geklappt. Aber okay. Trotzdem, das Offense-Down von der siebten fand ich extrem hilfreich, weil der Sepp macht höllisch viel Schaden und wenn der kein Offense-Down hat von der siebten, dann könnte das relativ schnell, relativ eng werden. Ja, und die Betäubung, hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, von der zweiten immer auf Sepp anwenden. Wenn der so mal ein bisschen außen vor ist, dann können wir uns in Ruhe um Hera kümmern. Das Problem ist halt in der Geschichte, irgendwann werde ich Sepp relativ klein bekommen haben, auch durch Heilungsresistenz und durch Verwundbar. Und dann kommt mir Hera dazwischen. Das heißt, ich habe im richtigen Moment vergessen, Hera eine Fähigkeitsblockade aufzuerlegen, damit ich einfach durch Sepp dann irgendwie letztendlich auch durchkomme. Wer übrigens einen Zeta frei hat und das auf den achten Bruder vergibt, kann auch durch den achten Bruder Rüstungsschredder setzen. Dann kriegt ihr die Jungs noch schneller down. Habe ich aber nicht, dieses Zeta, das ist halt so. Das ist kein Problem dadurch, er macht der achte Bruder natürlich, ja, vom Schaden her eh nicht so viel, aber er kann auch nicht so viel supporten, bis auf entsprechend der Stapel natürlich. Haltungsresistenz und Fähigkeitsblockade nützlich. Aber es ist, glaube ich, ein Angreifer und das bringt mir natürlich in der Form nicht ganz so viel. Außerdem finde ich die Animation, wie er da so dasteht, nicht so ruhig cool. Okay, jetzt ist Connor die Geschichte wieder eingetroffen, die ich vorhin schon erzählt hatte. Der Shopper ist nicht so das Problem, obwohl er viel ausweicht. Der ist einfach nervig, dieses Taunten dazwischen im Grunde genommen. So, debuffen durch den fünften. Klappt relativ zuverlässig. Und dann auf geht's wieder Richtung Zep. Wir könnten theoretisch Zep betäuben. Ich habe jetzt erstmal gedacht, jetzt tue ich kurz Azra betäuben, weil ich eh Zep raushaben will. Und jetzt kommt genau der Punkt. Hera kommt gleich dran und rettet ihn. Ihr werdet gleich den Debuff sehen. Und da habe ich einfach nicht früh genug und die Fähigkeitsblockade, die jetzt auf Zep sitzt, die hätte ich auf Hera anwenden müssen. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen drauf achten, dass ihr im richtigen Moment Hera mit einer Fähigkeitsblockade belegt, damit die auf keinen Fall Zep rettet. Denn den könnte ich jetzt relativ sicher rausbekommen. Kann ich nicht, weil wegen diesem blöden Debuff von Hera. Aber der fliegt jetzt eh durch den AOE raus. Und dann habe ich, glaube ich, Gnadenstoß wieder bereit. Und kann ihn rausnehmen. Aber ihr seht schon, der Kampf ist relativ gut unter Kontrolle, wie ich doch finde. Das Offense da, und ich kann es gar nicht oft genug erwähnen, von der siebten, auf alle von den Phoenix-Leuten, ist super, super hilfreich. Und ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das funktioniert mit so schwachen G9-Inquisitoren, wie ich sie doch habe. Ja, die R5-9 hilft mir natürlich brutal. Das ist gar keine Frage. Trotzdem hätte ich es nicht gedacht, dass das mit den relativ schwachen Inquisitoren funktioniert. Weil die Phoenix-Leute sind durch die Regenerationsfähigkeit von Kanan und das Verteilen der Fähigkeiten doch eine relativ starke Fraktion. Also die Phoenix-Leute darf man nicht unterschätzen. So, Zep habe ich jetzt rausgenommen, wieder mit Gnadenstoß. Habe also zweimal Gnadenstoß anwenden können, fand ich ganz nützlich. Und der fünfte Bruder bekommt jetzt auch gleich seine 20 Stapel rebellisch, macht dadurch auch ein bisschen mehr Schaden. Aber ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, das bringt jetzt nicht ganz so viel. Weil, ob ich jetzt 2000 Damage mache oder 2500 Damage, das ist, ja, nicht aussagekräftig bei so schwachen Inquisitoren. Das sieht, glaube ich, irgendwann später ein bisschen anders aus, wenn die Inquisitoren einfach eine höhere Regenerationsstufe haben. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Jetzt hat sie wieder Shopper gerettet. Wieder schlecht von mir. Also wenn ihr da ein bisschen Hera durch die Fähigkeitsblockade sperrt oder Kontrolle bringt, ist es viel, viel hilfreicher und ihr spart Zeit. Und das war ein bisschen doof. Ich habe, wie gesagt, mich erst mal um die Elite-Height gekümmert, um Kanan und um Zep. Und habe Hera eigentlich versucht, unter Kontrolle zu halten, hat aber nicht immer so zu 100% geklappt. Jetzt einfach ein bisschen Zeit, aber sollte trotzdem funktionieren. Der kleine Shopper ist halt so eine Ausweichbombe. Der weicht immer aus. Offens ab auf Ezra. Blöd, aber Ezra ist nicht Elite. Er ist gut managebar. Ihr könnt natürlich auch das Betäuben von der zweiten auf Hera anwenden. Wäre auch eine Möglichkeit. Da ist immer darauf achten, dass ihr fünf Stapel auf den Phoenix-Leuten drauf habt. Dann könnt ihr mit der zweiten Schwester betäuben. Das ist eigentlich relativ cool. Ich glaube auch, dass wir irgendwie Buff-Monität setzen können. Ich weiß aber nicht mehr, ob das der achte Bruder war. Also ich bin noch nicht zu 100% bei den Kids durchgestiegen. Gnadenstoß ist bereit. Und sobald wir eine Spezialfähigkeit einsetzen, die jetzt aktuell nicht zur Verfügung steht, ich habe gerade überall Codowns drauf, dann können wir Gnadenstoß relativ sicher einsetzen. Es ist zwar ein Visual Bug, aber Hera ist draußen und jetzt können wir es auf Auto laufen lassen, habe ich auch schon eingestellt, denn Ezra war nie ein Problem im kompletten Kampf. Ezra konnte man immer komplett links liegen lassen. Wenn der mal Offense Down hatte durch die siebte, war Ezra kein Problem mehr. Aber ich fand Shopper jetzt auch nur nervig, aber keine Gefahr letztendlich. Also doch, eine relativ sichere Stufe 10 mit doch etwas schwächeren Inquisitoren. War ich sehr glücklich darüber, dass ich jetzt auch nicht irgendwie 20 Mal neu starten musste. Hat ganz gut geklappt. Wir mussten nicht irgendeine Aufgabe erfolgen aller 60 Mal Säuberung setzen. War ich auch sehr, sehr glücklich. Also doch relativ zufrieden mit diesen relativ schwachen Inquisitoren Stufe 10. Nicht viel Zeit investiert, nicht umgemäudert, nichts verändert irgendwie. Und die rote Kiste ist unser. Und das heißt eben zwei weitere Omicronz. Vielleicht hier auch noch ein kurzer Tipp für alle, die den Kampf abschließen wollen, und die 10 Mal Tarnung erhalten möchten, ohne eine Einheit zu verlieren. Auch hier könnt ihr natürlich mit relativ vielen anderen Möglichkeiten spielen. Was Tarnung angeht, ganz klar, ihr könnt mit Rebellen agieren. Also hier einfach die beiden Wookies mitnehmen. Han Solo und R2-D2. Könnt ihr relativ sicher unter der Smoke verstecken und das mit der Tarnung absolvieren. Gar kein Problem. Dann könnt ihr mit Sif wieder arbeiten. Hatte ich schon des Öfteren vorgestellt. Ihr darf Maul ins Lead nehmen. Dann ist es relativ safe. Oder aber ihr nehmt einfach Charaktere mit, die sich selber in Tarnung versetzen. C-3PO kann sich selbst in Tarnung versetzen. Darth Talen von den Sif kann sich auch selbst in Tarnung versetzen. Ihr könnt natürlich auch mit den Separatisten spielen und Kondoku mitnehmen. Der versteckt nämlich alle, die Angreifer sind. Alle Nicht-Tank-Separatisten werden getarnt. Könnt ihr auch mit Kondoku machen. Also da gibt es so brutal viele Möglichkeiten, wie ihr da durchkommt. Und dann nehmt ihr noch einfach eine galaktische Legende mit. Dann sollte das mit den Zähnmal Tarnung glaube ich nicht so das Problem sein. Das klappt eigentlich relativ sicher und zuverlässig. Gerade hier auch bei den Separatisten und Grievous. Sobald der Magna gerade dabei steht, sind alle erstmal getarnt. Also super, super sicher. Ich glaube, das Zähnmal Tarnung sollte für die wenigsten das große Problem darstellen. Okay, dann war's das für heute mit der den Galaktischen Herausforderungen auf Lothal und wir sehen uns bald wieder. Servus.